Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Minecraft Season 2, der ersten Folge, mit Blacklaser, Mia, also lauf gegen die Wand, John, Alex, aka TrueAlter, Nils, aka Nils, Peppy und Julian. Dazu kommen noch Tiberius, Pascal und Dario, die ab und zu mal reinschreiben. Ja, und mich die Genehm-Charaktere halt. So, Mustard! Und ja, wir haben das so gemacht, wir werden... Drago, warte mal. Wir fangen... Julian, kommst du zurück? Ja, was? Wir werden in Teams gebildet und wir werden, da wir eben so viele Leute sind... Da wir so viele Leute sind, werden wir die Teams eben so aufteilen, dass die Teams halbwegs gegeneinander antreten, beziehungsweise sich halt helfen. Und ja, dann hier mal separat bauen. Wenn jemand ein Team wechseln will, dann halt außerhalb der Aufnahme, wird danach irgendwie erklärt. Und ähm... Von jedem Team gibt's halt auf jeden Fall eine Aufnahme, die dann auf dem jeweiligen Channel dann hochkommt. Das, glaub ich, schreiben wir dann auch irgendwie in den Chat noch irgendwie so oder... Keine Ahnung halt. Und äh... Da hinten sind schon zwei Mongos, die das Dorf plündern. Dann mach ich das mit. Ja, Cube und... Euer Ernst? Ähm, Leute, das wollten wir... Na... Ja, komm, dann... Dann teilen wir aber mehr oder weniger auf, was da drin ist, ne? Naja, ich muss grad nur das Essen, damit hier keiner verhungert. Kannst du mir kurz noch verraten, warum ich meine Hand nicht sehe? Weil du F1 gedrückt hast? Weil du F1 gedrückt hast, ja. Weil du F1 gedrückt hast. Ich glaube, weil du F1 gedrückt hast, oder? So, wir spielen auf Minecraft 1. Äh... 7.5. Eine Karotte Cube. Gib mir noch mal eine Karotte Cube. Äh... Ich nehme auch mal ein paar Sachen. Äh... Ich nehme auch mal ein paar. Ein paar. Ja, genau, teilt euch mal. Dann kann man auch mal wieder Nacht, Leute. Dann wie? Peppy? Ja. So, dann ähm... Die jeweiligen Teams gehen jetzt dann gleich in die einzelnen Gruppen. Wir nehmen die zwei. Und... Wir nehmen die vier. Gibt's nicht mehr. Die eins. Oh, drei. Ja, bis gleich. Wollen wir uns nicht noch ein gemeinsames Dorf suchen? Haben wir gerade. Das hier ist zu klein. Ach so. Äh... User left your channel. Ja, das passt schon. Machen Sie nun eine neue Einleitung? Hallo. So. Ich hatte jetzt noch eine allgemeine Einleitung für meine Aufnahme zu machen. Hast du was dagegen? Äh... Also... Hi Leute. Willkommen zum neuen Minecraft Projekt. Mit vielen Leuten. Wir haben ja die Einleitung neben ihm schon gehört. Ähm... Und jetzt... Ah! Also ehrlich gesagt, äh... Das Dorf hier wär mir zu klein. Ja, ähm... Ich und Nils äh... Gammeln hinten ab. Und kämpfen gegen Spinnen sollen. Ganz ehrlich, das ist so scheiße, dass jetzt schon Nacht ist. Ja, das ist halt Pech, ne? Stirb Spinnen! Spiderman... 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 Die... However a spider can die. Pfff... Das war ein Remix. Ja, ja. Ähm... Wo seid denn ihr beide? Oh, wie... Wie viel hält ihr eigentlich aus? Die Spinne. Nils, komm mit. Moment, ich brauch das Schwein hier. Was, was? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Achtung, dann kommt Zombie. Äh, wir gehen jetzt Richtung Dorf. Äh... Äh... Ja, ich geh grad zum Wald zurück und hol mal was. Äh... Ich steh jetzt vor der Kirche. Können wir mal und zwar bitte ein bisschen von hier entfernen? Ja, aber ich will jetzt erstmal... Den Wald am spawnen. Den Wald am spawnen. Fuck! Komm da hin. Ja, Peppy, ich glaub mal, wir schreiben, glaub ich, gleich mal eh rein, äh... Dass wir zusammen irgendwo hinlaufen, um da mehr so woanders hinzukommen. Vielleicht kommen auch immer alle in den Chat rein. Alter. Wir können ja, äh, nach nem neuen Dorf suchen. Warum neues Dorf? Das ist doch Minecraft, Jungs. Mensch, man muss schon normal anfangen. Und der erste ist schon tot. Ich bin auch gleich tot wahrscheinlich, weil... Boah, ich hab richtig Bock, nen Kill-Counter zu machen. Ich hab fast kein Leben mehr und... Okay, lieben, hallo, aber... Können wir nicht noch mal ne neue Aufnahme machen? Ich hält den Zombie auf, mach weiter. Äh... Oder Tag stellen? Was? Tag stellen. Äh... Mach ich auch weiter. Weil... Ich sterb jetzt gleich, sag ich jetzt schon. Ja, dann stirbst du halt. Da kommt ein Creeper. Da kommt ein Creeper. Und auch wieder. Lass den Block. Hier? Der macht eh nix kaputt. Der tötet dich. Ach was, der ist lieb. Das tötet Menschen. Ups. Entschuldigung. Ich hab nur noch zwei Herzen. Wir müssen mal ein bisschen... Lass mal hinten zu dem Wald gehen, Nils. Da kann man Äpfel farmen. Alter, der explodiert auch nicht, der Creeper. Der Zombie ist ja schon ein bisschen extremer. Also wir kommen jetzt zu dem Wald beim Spawn. Ja, wir sind... Hast du kein Fleisch? Alter, der Creeper will nicht down gehen. Dann... Stirb, Kuh! Tut mir leid. Aber ich brauch dann... Upp. Drei, äh... Rundfleisch. Roh. Doch, die ersten sind jetzt schon tot. Oh! Ja, ist doch egal. Am Anfang ist immer normal, dass man halt stirbt. Wir spielen schließlich auch schwer. Nein. Nein. Es ist zwar schwer, aber es ist für mich nicht normal zu sterben. Ja, aber... Es ist irgendwie ein bisschen doof. Ja, das ist gar nicht... Es sind vom... In der... In der Höhle vercampen. Gut, wo seid ihr? Ich bin am Anfang spawnen. Macht grad, ähm... Lügt doch nicht. Du bist doch schon weiter in den Wald gelaufen. Nee, bin ich nicht. Wer ist denn da grad weiter in den Wald gelaufen? Also ich... Habt ihr euch schon getroffen? Wir beide haben uns getroffen. Wir laufen zusammen rum grad. So. Ja, warte. Ich folge euch mal über die... Äh... Bäume. Ah, natürlich! Wenn nicht Minecraft anfangen, dann muss es Tag sein. Ich krieg das nicht hin, ne? Ja, es war grad eben Tag. Ja, aber da haben wir die ganze Zeit gelabert. Ja, ist doch nicht schlimm. Es wird gleich wieder Tag. Ich bin tot. Da ist ein Skelett. Ich bin tot. Wenn du tot bist, ist kein Ding. Ich bin nämlich äh... Alter! Warte mal. 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 Also ich lebe. Und ich weiß, wo du warst denn jetzt. Also ich komm zu dir. Da ist ein Mini-Zombie mit einer Goldrüstung. Die Enchanted ist. Was ist denn das für ein Scheiß? Warte, Warte. Warte, Warte. Warte, warte. Fuck, die Fagte gibt's noch zwei Seitenieza. Das war ja gerade. Ah, sagst du ist nicht easy, oder? Ich verliere dir statt Molkorea. Ich sterbe schon wieder. So, ich hab schwer, nicht. Schokste implies... Der Minecraftstand ever high. Ich habe schwer, da wenn du willst. Dann gib mir eins. es ist etwas nur noch ein halbes erziehen wir machen gerade party wir brauchen holz alter wir brauchen tag ja das kommt schon wenn wir holz abbauen ja wir hätten einfach am tag starten wir haben beim tag gestartet haben wir nicht wir haben die aufnahme kurz vor der nacht gestartet können wir ein bisschen weiter laufen ja weißt du wir brauchen jetzt erstmal ein klein wenig er wenn wir weiter laufen denn entfernen wir haben wir nicht das problem dass uns da und zombies belagern irgendwann muss man einfach mal farmen fappen versuch gerade äpfel zu bekommen aber irgendwie kommt hier nichts ich habe fleisch galetten ich habe immer jemanden gekillt bin nicht gestorben hab holz so von mir aus können wir jetzt weiter gehen also ich habe zu wenig holz wir müssen nils finden oder wo bist du ich bin an dem ort wo ich vor ein ding wo wir uns verloren haben soll mir da wo ich gestorben bin meinst du aber noch hier wenig die kühe töten oder die tiere ja ich habe feile ja weil und das sind schafe das schaffe ich hol kurz wolle nico hinter dir hier ich hol kurz wollen wir müssen nils finden ich suche mal nils warte 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 jetzt trennen wir uns ja schon wieder da ist nicht so hammer da und die anderen zwei das sind dann noch weiter die richtung schweinchen 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 fleisch vielleicht vielleicht will so ein baum abfallen abfällen die sind nicht man das sind die richtung hier oder ja aber erstmal hier ist noch ein schwein oh scheiße willst du mich verarschen ich habe daneben gehauen okay ich hätte vor dir das spiel wieder durch zu bekommen ohne zu sterben nee bruder nicht mit mir oh ja weißt du so fängt man erst einen start an erstmal team kill ich werf dir irgendwas ich werf dir das zeug hin weiter 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 war hier nicht so richtig z also meine zum taste schuldigung was alter bei mir leckte es gerade richtig krass ja weil wir auch nicht so stark also okay jetzt aufgehört oh mein gott ich habe noch richtig wenig leben ja hatte ich ja auch echt ich baume jetzt hier mal kurz ein bisschen stein ab ausgewogen ist mega lecker okay problem gegen meine ernährung ich guck mich mal ein bisschen um alter nach einem creeper ihr habt nicht den creeper gehört nein habt ihr nicht siehst du nils ist doch tag geworden was willst du ich bin den berg weiter oben drauf ich habe jetzt zwei wolle gleich hat jemand noch einen einen schaf gesehen oder getötet ich habe drei wolle das willst du mit einem bett wenn wir vier leute sind wir können uns alle da reinlegen außerdem bringt es sowieso nicht wenn einer schlafen geht es müssen alle schlafen gehen ja du kannst ein spawnpoint setzen deswegen ach so stellen wir noch nicht mal einen punkt an dem wir bleiben wollen ja klar aber schon mal ein wenig sichern so was außerhalb von euch dass ihr wartet ich weiß nicht das geil aus mädels kommt mal her ich habe schon was gefunden hast du steine pepi werfen wir die steine raus die schweine ich habe nichts was du von mir davon ist einer von uns in einer bestimmten gruppe von personen was willst du von mir hier bin ich das geht das wird geil hier hinten wird's geil ich will ein doch auch stein farm warum wir seid mir gefällt der gedanke an dorf zu siedeln ich finde ich überhaupt ich finde scheiße ja wo der deutsche schon richtig gut überfordert hier mir gefällt der gedanke von dorf komm mal hier und ich glaube nils hat auch noch was gesagt hier könnte man sich niederlassen dann baue ich mir mal ich brauche mir mal kurz alles in solch mal kurz alles in stein machen ich habe alles in stein ich mache mir jetzt selber noch was zu essen was ich noch kurz mal erwähnen sollte es geht jetzt an die leute die meine mein video gucken mein texture pack das ich nutze ist john schmiff in der speziellen ta-version weil ich habe es ein bisschen editiert der mit will smith verrannt nein nur john schmiff ihr müsst über den berg einmal rüber ich habe so kein leben ich habe fast nichts was zum essen das problem essen habe ich deswegen deswegen wollte ich die schweinchen töten ich bin kein schweinchen und pepi jetzt ja ich würde könnte mir vorstellen hier vorne in der ebene zu siedeln ich tue erst mal schnell die ganze schafe abfahren dann komm ich gleich schwein ihr seid auf dem berg ihr seid auf dem berg oder wie über den berg rüber einmal über den berg rüber ich seh hinten auch ich bring die mal mit ok lass mal ein paar am leben damit wir auch die kannst du auch später nicht darüber aber wir sollten wir sollten gleich eine ho machen und irgendwie die karotten anpflanzen wir ziehen einfach alex und strip ding an dann haben wir doch du kriegst gleich sowas von meinen steinschwerten kopf ich finde euch gerade nicht richtig geile berg kette ich sehe ich schon ihr müsst einfach den pass lang laufen als ihr können wir später so geile sachen bauen also pep alter das sieht mega geil aus pepi das ist doch das was du wolltest oder ich wollte ja 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 das erinnert schon dem was du wolltest aber ich würde nicht auf dem berg oben sondern hier unten im tal das gefällt mir ich fahr mal durch den stein wo habt ihr euch angesiedelt noch gar nicht aber wenn du hier mal weiterläuft siehst du hier unten weil dann klatsch mir hier mal kurz so ein zwischenlager auf ja ja gut dann hier oben einfach da auf dem berg wo du gerade herkammt oder wo hinter dir ich sehe keine ich hier ach da ist einer und wo es wenn du dich nach links drehst siehst du mich ja okay wir gehen da runter das besser da sind nicht wahr ich gehe durch den berg durch schau mal durch das ist natürlich zu bauen lassen wir hier und hier lassen dass die lager aufstellen wenn jemand drei eisen hat kohle 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 gib mir mal komm mal